Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team Ipaxes. Die letzten beiden Spiele haben wir beide mit der Bundesliga gemacht und tollerweise beide gewonnen. Ich hoffe mal, dass die Brasilianer das jetzt nachlegen. Das wird schwierig. Hm. Auch wieder ganz guter Sturm. Vor allem Katalyst auf beide Stürmer. Hä? Und Shadow auf Ibrahimović. Was ist denn das für Chemistries da hieß? Shadow auf Ibrahimović und Katalyst auf die Stürmer. What? Das ist aber mal ultra merkwürdig. Katalyst boostet Tempo und Pass und Shadow Tempo und Defense als ZOM. Hä? Das verstehe wer will. Das ist aber auch sehr gut. Abseits! Kann natürlich sein, dass er etwas umstellt. Aber ich würde doch nicht Ibrahimović als Sechser spielen zum Beispiel. Hm. Komisch. Hat jemanden ausgewechselt? My 3D Toller Pass Sorry, aber unverdient, brauche ich nicht rüber reden Oh, den muss Neymar da machen, ohne Scheiß, ey Manchmal verstehe ich das einfach nicht Und wie gesagt, Neymar für einen 2nd End vom 94er ist da viel zu schlecht Hey, den muss er machen, ohne Scheiß, ich kann ihn eigentlich gar nicht so kacke schießen, so den ich mache Schade, aber hier ist was drin in dem Spiel, hier ist was drin, das drehen wir einfach Oh So ein Idiot, Willian. Was für ein Dreckspass. Da soll er nicht hin. Die Gegner spielt eigentlich nicht gut, aber das heißt halt leider nichts. Oh, fuck. Dann hat er auch schon wieder schönes Klick hier. Oh, fuck. Das Gegentor kotzt mich an. Ich sehe es hier schon 1-0 ausgehen. Toil. Oh, dieser Bailey ist im Kotzen. Fick dich, Bailey, Alter. Kriege ich mal einen Ball da vorbei? Oh, Halsmaul. Ja, es ist rot. Wieder diese scheiß Frustgrätsche. Was soll ich machen, ey? Fuck, Mann, ey. Diese scheiß Grätsche. Warum habe ich die gemacht? Das hat mich schon wieder zu sehr aufgeregt, dieses Gegentorn. Oh, komm. Ja, Bart! Vielen Dank. Oh, fuck dich. Ach, wie ich das Spiel schon durch eigene Dummheit verliere. Aber wie gesagt, Frustgrätschern und das war's. Ach, wie gesagt. Fick dich einfach. Ich kotze mich an. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr. 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 Natürlich keine Hilfe mehr. Nice luck. Ich weiß nicht mehr. 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 Komm jetzt einfach mal ein Lackertor. Lackertor. Mit einer roten Karte. Lackertor. Das war's für heute. 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 Ja, komm, ich stehe in Silber dahin. Das war's für heute. 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 Oh, fuck. Das war's für heute. 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 1-2-1-2 gehen 2-1-2-1-2 gehen einer liegen Ach, passt doch eher, Mann. 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 Ach, nice luck. Nice look. Nice look. Es lag übrigens, dass das keine Ecke ist. Gut ab. Weiß ich nicht, wo das abseits sein soll. Oh, das ist ja, Mann. 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 Oh, das ist ja. Egal, bis zum nächsten Mal, bringt ihr nichts mehr.